Was ist die Zeit vom Freitagsgebet? Liebe Geschwister, in authentischen Überlieferungen haben wir auch, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, mit den Sahabern manchmal das Freitagsgebet vor der Zuhurzeit verrichtet hat. Vor der Zuhurzeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht wann ist hier Zuhur, ungefähr Viertel nach Eins oder Zwanzig nach Eins, dann kannst du ungefähr um diese Zeit das Freitagsgebet mit den Brüdern verrichten in der Moschee und dann, alhamdulillah rabbil alamin, habt ihr eure Pflicht gemacht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.